Heute gibt's endlich die Klausur zurück, aber bevor wir das machen, erst mal den Notenspiegel. Hoffentlich hab ich nicht die 5. Ja, same. Ja, lieber du als ich. Hey, manifestier's nicht. Sabrina, ganz ehrlich, ich kann mir das überhaupt gar nicht mehr leisten. Ja, ich auch nicht. Dann muss ich wieder zur Nachhilfe und dann hab ich keine Zeit für meine Beauty-Routine. Mann, ey. Check's doch endlich. Okay, das ist wirklich ein Albtraum. Ja, hoffen wir mal, dass Justin die 5 hat. Ja, Justin, unsere einzige Hoffnung. Nein, wie kann das sein? Yes, 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 yes. Ich hab meinen Namen schon wieder falsch geschrieben. Egal, wenigstens eine 4. Verdammt, hoffentlich hast du die 5.